Ich hoffe, sonst können wir wahrscheinlich nicht alle retten. Da in der Richtung ist zwar nix. Als ob. Man muss sich jetzt vorgucken, dass ich mit Nahkampf arbeite auch. Das Ding ist, Biotik wird sie wahrscheinlich auch töten. Es ist klar, dass sie die Borealis schützen. Wir müssen mit diesen Cargobars gehen. Aber wenigstens funktioniert auch das. Oh, super Granaten. Stimmt und das funktioniert gegen diese Dinger. Ja. 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 Ist ja gut. Der Waffeneinsatz ist ja vorbei. Ich glaube, wir haben alle. Ich habe versucht, es zu kämpfen, aber es wird in deinem Kopf. Du kannst nicht vorstellen. Ich weise darauf hin. Wir hatten noch eine Granate. Die hätte er ruhig noch werfen können. Vorbildlich. 32. Immerhin. Hätten wir gerade brauchen können. Hätten wir gerade brauchen können. Und die Lance Bordet regionen. Ich habe wiederholen. Wenn wir noch, was aber noch was? Nein? Nein? Ich habe einen Kennen. Ich habe einen Wallen. Ich habe einen großen Weg索den. Ich habe einen Aussicht. Invaders, your every step is a transgression. A thousand feelers appraise you as meat, good only to dig or decompose. I speak for the old growth as I did for Saren. You are within and before the Thorian. It commands that you be in awe. You gave something to Saren. Something I need. Saren sought knowledge of those who are gone. The old growth listened to flesh for the first time in the long cycle. Trades were made. Then cold ones began killing the flesh that would tend the next cycle. Flesh fairly given. The old growth sees the air you push as lies. It will listen no more. I won't let you keep your thralls. Release them, now! No more will the Thorian listen to those that scurry. Your lives are short, but have gone on too long. Your blood will feed the ground in the new growth. Oder auch nicht. Wir machen es einfach so. Tschüss. Tschüss. Commander Shepard, there is something here. A growth of some kind. Ja, es hat es auf jeden Fall gespürt. Das klang nicht amused. Das klang nicht amused. Wow. Oh. Fühlt man sich ja gedacht, wie bei The Walking Dead. Wow. Wo ist die Asaritusse? Das ist aber auch einfach nur billig. Wenn die noch schlafen, ist die einfach komplett unverwirktbar. Gut, dann versuchen wir es mal mit Warf. Das Ding ist auch komplett nutzlos. Das Ding ist auch mal mit Warf. 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 Tschüss. You must die! Hey, ich hab sie zuerst geworfen. Die Spätsamiknoten halten auch so viel aus. Ach, Gefahrenstoff. Ach, war ich im Feuerstand? Okay. Okay. Ich bin frei. Ich... Ich glaube, dass ich mich bedankt, für mich zu verlassen. Wie warst du in dieser Sache? Mein Name ist Shiala. Ich bin... Ich bin Matriarch Benezia. Als sie sich mit Saren verabschiedet hat, so habe ich. Benezia hat die Einflügel, die Saren hat. Sie hat ihn geholfen, um ihn auf einen schönen Weg zu führen. Aber Saren ist es kompilierend. Benezia hat seine Weg verloren. Sie sagen, Saren kann die Minden kontrollieren? Benezia hat Saren verabschiedet, wie ich habe. Wir kamen, zu glauben, in seine Grunde und seine Gäste. Die Kraft seiner Influenz ist problemlos. Benezia versucht, den Meer zu verabschieden, und wir wurden weggeworfen. Asari-Matriarchs sind einer der größten intelligenten und potenziellen Menschen in der Galaxie. Wie könnte man unter Saren's Kontrolle fallen? Saren hat ein Vessel. Ein enormes Warschiff, unlike anything I've ever seen. Er nennt es Sovereign. Es kann dominieren die Minden des Followern. Sie werden verabschieden von Saren's Willen. Der Prozess ist subtle. Es kann dauern Tage, Wochen. Aber in der Ende, es ist absolut. Ich war ein Willing-Slave, als Saren mich in dieser Welt gebracht. Er braucht meine Biotics, um mit den Thorien zu erfahren. Was hat Biotic mit Kommunikation mit einer Pflanze zu tun? Saren's pretty quick to betray his own people. Er war quick to betray the Thorien, too. After he had what he wanted, he ordered the Geth to destroy all evidence of his existence. Saren knows you are searching for the Conduit. He knows you are following his steps. He attacked the Thorien so you could not gain the Cypher. What's the Cypher? And why did Saren need it? The beacon on Eden Prime gave you visions. But the visions are unclear, confusing. They were meant for a Prothean mind. To truly comprehend them, you must think like a Prothean. He must understand their culture, their history, their very existence. The Thorien was here long before the Protheans built this city. It watched and studied them. When they died, it consumed them. They became a part of it. So the Thorien taught Saren to think like a Prothean. How? The Cypher is the very essence of being a Prothean. It cannot be described or explained. It would be like describing color to a creature without eyes. To understand, you must have access to endemic ancestral memory. A viewpoint spanning thousands of Prothean generations. I sense this ancestral memory, the Cypher, when I meld it with the Thorien. Our identities merged, our minds intertwined. Such knowledge cannot be taught. It simply exists. I need that knowledge to stop Saren. There is a way. I can transfer the knowledge from my mind to yours, as I did with Saren. Try to relax, Commander. Slow, deep breaths. Let go of your physical shell. Reach out to grasp the threads that bind us, one to another. Every action sends ripples across the galaxy. Every idea must touch another mind to live. Each emotion must mark another's spirit. We are all connected. Every living being united in a single glorious existence. Open yourself to the universe, Commander. Embrace eternity. The Skydead from the ship in the island. The magic incarnate from the ship has lost its way. The тур button is on the ship, Commander. The Moon! The Moon! The Sun! The Moon! The 1, 2, 3, 4, 5. The Sun! 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 Ich habe dir das Cipher gegeben, wie es zu Saren gab. Die Ancestralen Erinnerungen des Protheans sind ein Teil von dir. Du bist okay? Was gerade passiert? Ich habe etwas gesehen. Es gab noch nicht Sinn. Du hast einen tollen Geschenk gegeben. Die Erfahrung von einer ganzen Welt. Es wird Zeit für dein Geist zu präsentieren. Wir sollten dich zurück in den Schiff, wo du dich beobachten kannst. Entschuldigung, wenn du dich verletzt hast, aber es gab keinen anderen Weg. Du brauchst den Cipher. In Zeit wird es dir helfen, die Vision von der Beacon zu verstehen. Jetzt bist du von Thorien, was sollst du machen? Wenn du es verletzt hast, würde ich hier mit den Kolonisten bleiben. Sie haben großartig gemacht, und ich habe eine Rolle in ihren Geist. Ich würde gerne machen. Die Kolonisten brauchen all die Hilfe, die sie bekommen. Sie werden glücklich mit dir auf ihren Seite. Dankeschön, Commander. Ich mag die Glückwunsch auf dich schreien. Du hast es geschafft. Mit den Thorien weg, können wir uns wieder wieder aufbauen. Und wir sind frei von Exogenes-Treaten. Wir sind zurück in eine kleine Kolonie zu sein. Dankeschön, Commander. So, wie die diese Dechiffrierer bzw. Cipher dann beschreiben... Ja, Sorry, das ist übertreben. Also man würde schon merken, wenn Shepard... Und vor allem später dann das ganze Wissen an der ganzen Zivilisation hätte. Oder auch selbst wenn es nur die Leute wären, die hier gelebt haben. So, wenn wir jetzt... Genau, das sieht richtig aus. So, wenn wir jetzt... So, wenn wir jetzt... Standby, Shore Party. Decontamination in progress. So, wenn wir jetzt... So, wenn wir jetzt... Maybe we can make some sense of it. Do it. Hurry. We don't have much time. Relax, Commander. Embrace Eternity. That was... So, wenn wir jetzt... What did you see? The beacon on Eden Prime must have been badly damaged. Large parts of the vision are... I'm sorry. I'm sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. Was soll ich denn sagen? The Thorian like to enslave minds. Anyone who studied it would have ended up as one of its thralls. Perhaps it's for the best, then. At least the colony was saved. Of course it was saved. Shepard would go to any lengths to help a human colony. Being human had nothing to do with it. They were in trouble. Admirable. But sometimes Spectres have to make sacrifices. I hope you're willing to do that when the time comes. Goodbye, Commander. We will be waiting for your next report. Let's play Mass Effect. And we'll see you next week.